So, allein mal aussteigen. Jupp. Aber, Basti, machst du das 50er? Jupp. Dann gib mir doch mal eine Koordinate, nach der ich mich orientieren kann. Ich markiere, wenn du jetzt die Map aufmachst, den MTP-Konvoi siehst, dann siehst du zwei schwarze Blöcke. Einen kleineren und einen großen. Und ich markiere mir immer das rechte obere Eck von dem kleineren schwarzen Block. Stopp, Moment, 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 Moment. Ich dachte, das war ja auf der anderen Insel. Also, ich sehe NPP. Und was sehe ich da? Zwei schwarze Blöcke. Genau, im großen und im kleinen. Genau, und beim kleinen das rechte obere Eck markiere ich mir immer. Das rechte obere Eck, okay. Und zwar ist das die Position, wo der rot-weiße Turm ist, wo die zwei Bots sind. Alles klar. So, und dann... Tausend Meter von hier. Genau, läufst einfach mal in die Richtung mit mir darunter. Seid ihr schon unterwegs? Äh, hier ist einer bei unserer Mission. Ja, hier ist einer bei deinem Mission. Ja, ist einer bei unserer Mission, okay. Na gut, jetzt nicht mehr, jetzt ist er tot. Ja, genau, jetzt nicht mehr. So, und wir fangen an, hier runter zu laufen, genau. Natürlich ein bisschen schlecht, ohne Scope, das wahrscheinlich nicht viel erkennen. Äh, auch mit relativ wenig. Wir müssen allerdings jetzt warten, bis Basti das 50er-MG ausgeschaltet hat, sonst sind wir hier gleich... Warte mal, ich lass mal meinen Soundlauter machen, lass ich hier nicht gleich in irgendeiner... Cannot fire. So, wir sind jetzt von mir eingeloggt, aus und zurück. So. Einfach durch die Tannen da durch, das stehe ich. Hm, sehe schon. Dann warten wir hier mal bei dem großen Stein, äh, nördlich, also das 50er-MG ist jetzt die Richtung, wo ich gucke, circa. Ja, ja. Und wir sollten halt kurz noch in Deckung bleiben, bis es tot ist, damit zuhören. Okay, super. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier... Also ich orientiere mich immer in diesen drei Steinen, der hinter uns, vor uns und der rechts von uns. Und dazwischen kann man eigentlich alle Bots ziemlich gut sehen. Bisschen mehr Sicht hätte. Ja. Ansonsten, wir schalten mal ab nach vorne am Wald dran zu dem, zu dem Stein und fahren von da aus an. Werden auch gleich beschossen. Wir werden gleich beschossen? Ja. Ja, man könnte jetzt... So, da sieht man dann die ersten Gebäude. Gebäude. Langsam. Ach, man kann rauf da? Okay. Ja. Schauen wir mal, ob wir die Garzoben am Turm sehen. Geht gar nicht, oder? Also ich sehe... Doch, muss man halt jetzt... Muss man von unten jetzt Zeit machen. Also ich sehe nicht mal einen Schatten. Ja. Aus dem... Aus dem südlichen Wald her würde ich jetzt von dann anfangen. Also runter, ja? Ja. Ich hoffe, man kann sich ja nicht die Knochen brechen. Geduckt runterlaufen, dann ist eigentlich Glück. Okay. So, da vorne an der Straße, die jetzt vor dir erscheint, ist der erste Bot, den wir gleich machen. Ja, 600 Meter, man sieht immer noch nichts. Ne, 500 Meter aus der Sicht. So, und jetzt sieht man auch den oben her. Auch am Turm am rot-weißen. Da. Am linken oder am rechten Turm von dir aus? Am rechten. Am rechten Turm. Aber ich schieße gerade nur gegen die Wand. Der sitzt in der... in der... oberen Etage. Also nicht ganz oben, einer drunter. Ah, deswegen kannst du dich sehen, weil da Blätter vor sind. Okay. Jetzt ist er tot. Okay. Und dann ist hier hinten eine... Also die zwei, die jetzt erstmal gefährlich waren, sind weg. Ups. Hier sind Schüsse eingeschlagen bei mir. Ja. Ähm, die werden wahrscheinlich von dem Hochhaus kommen, da vorne. Ja. Hochhaus. Check. Von rechts... Von rechts kommt auch was. Von rechts kann eigentlich noch nichts. Niklas hat gerade geschossen. Ja, ich habe auf dem Hochhaus einen geholt. Auf dem Großen? Wir dürfen rechts... Wir müssten rechts von euch sein, im Wald. Ja. Genau. Ähm... Also wir müssen die Mission jetzt vom... vom südlichen Wald aus sozusagen anfangen. Jetzt mal vor. Ah, die Sicht ist ja ein Traum. Super, oder? Ja. Da ist es nicht immer perfekt. Du rennst da schon direkt zum Eingang? Ja, ich bin hier vorne am Eingang, weil ich die Häuser da hinten checken will. Hm. Ähm... Und was schießt du, Basti? Ein Zombie? Ein Zombie, okay. Geht nichts. Oh... Einer von dem Bots wird sich jetzt langsam nach unten bewegen. Von dem einen Drahtturm. Drahtturm hast du schon weggeholt, Niklas? Ne, das war kein Drahtturm. Und zwar... Okay. Weil auf dem Drahtturm fehlt der Bot. Richtung Nordwesten auf so'n Hochhaus war einer. Ich glaube, was ist das da noch? Der südliche Drahtturm-Bot ist weg, der ist wahrscheinlich auch schon runtergeklettert jetzt. Mittlerweile. Sollten wir aufschließen zu dir, oder? Ja, ich werde jetzt von Norden umlaufen. Ähm... Also wenn es zwei oder drei im südlichen Wald sind und von da aus die Dächer kriegen, wo man was sieht, wäre gut. Ich glaube, hab ich gesagt, die Sicht wird grad besser. Ich kann im Moment offengestanden nicht mal sagen jetzt, wo Süden ist, weil... Ah doch, kann ich. Moment. Ich geh nochmal den Berg hoch. Im Osten ist einer. Grüße? Im Osten? Ja. Auf der Straße. Das ist einer von den Beweglichen. Okay. Wäre gut, wenn der stirbt oder stirbt, weil sonst rennt er uns wieder weg. Wenn wir den einmal sehen, dann muss er ein bisschen. Du hast dich ja grad hingelegt, bei Ibi? Ja, ja. Weil ich den sehe. Ach, du siehst den sogar? Okay. Ja, ja. Der ist auf uns zugekommen. Siehst den noch? Ne, der ist grad hinter den beiden Bäumen. Doch, doch. Da ist er. Ich hab's... Den Einschuss gesch... Gehört. Ja, ja. Der hat auf dem Baum genau im Visier. Ich glaub, ich muss rennen. Ich glaub, der hat dich getroffen. Ja. Ich seh ihn nur leider nicht. Ich glaub, der liegt da unter der Pipeline. Doch, warte mal. War er das? Irgendwie so in der Richtung. Warte mal, war er das? Warte mal, war er das? Warte mal, war er das? Da, warte mal. Da, warte mal. Hey, das war laut. Zombie, Basti. Mhm. Da liegt noch einer. Da liegt noch einer direkt neben dem. Ja, macht die bitte. Das sind die dann. Das ist mal Zombie. Habt ihr den jetzt erwischt, der hier uns gerade? Ja, da ist noch einer. Da ist noch einer? Okay. So, ich mach jetzt den auf dem Backsteingebäude weg gleich. Sobald ich... Das wäre doch nicht wo der lag, Basti. Sonst würde ich ihn wegmachen. Ich kann ihn leider von hier gar nicht sehen.